Knapp vor Ende der ersten Spielhälfte und jetzt. Grabovski, Müller, Tor. Alle haben zugesehen, alle haben gewartet. Und Müller brauchte hier gar nicht besonders springen. Zunächst der Freistoß, wieder Oberrat. Grabovski, die Österreicher laufen heraus. Müller, Kopfball genau ins Kreuz. Wieder keine Möglichkeit für den Torwart. 3 zu 0 für die Bundesrepublik. Gerd Müller, sein 60. Tor in der deutschen Fußballnationalmannschaft.